Mama ist gegen Schönheits-OPs. Oh ja. Mama schminkt sich nicht mal. Oh nein, ich halte das für verlogen. Das ist mein Gesicht, das oder lieber keins. Wenn man Kunstgeschichte studiert oder Anthropologie... Rachel hat einen Abschluss in Cambridge. ...lernt man, dass roter Lippenstift Erregung simuliert und an die inneren Schamlippen erinnert. Wirklich? Ich habe viele natürliche rote Pigmente in meinen Lippen, also brauche ich auch keinen. Kotzbress! Sophie. Ist doch peinlich. Wird erwachsen, okay? Erwachsen? Ja. Oh, Mama hat mir gestern gesagt, ich soll nicht älter tun, als ich bin. Das sind widersprüchliche Botschaften, Liebling. Wir versuchen ihr doch zu vermitteln, ihre Kindheit zu genießen. Ich will nur, dass sie aufhört, Kotzbress zu sagen, das ist alles. Hey, das ist nicht witzig. Also, Hannah, Hannah, ich bin beeindruckt, dass du allein unterwegs bist. Mein Vater legt viel Wert auf Unabhängigkeit. Das ist toll. In deinem Alter war ich mit dem Rucksack unterwegs. Wo ist er, dein Vater? Einen herrlichen Sommer lang. Inselhopping in Griechenland. Betthopping in Griechenland. Was? Nein, das ist viel wert. Unsere Erfahrungen machen uns zu dem, was wir sind. Oder, Kinder? Und, Hannah, sind deine Mutter und dein Vater noch zusammen? Meine Mutter ist tot. Gut gemacht, Dad. Tut mir leid, das zu hören. Meine Mutter starb, als ich noch sehr klein war. Ist schon gut. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Hannah, Woran ist deine Mom gestorben? An drei Kugeln. Wir wenden. Wo? Ich komme hier einfach drauf. Wir empfehlen.